Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Und ja, hier ist sehr viel Zeug. Und okay, wir kommen noch gar nicht mal in die Schatzkammer. Gut, dann auf der anderen Seite weiter kaputt machen. Auf meinen Befehl. Der Wind ist günstig. Und im Augenblick kann ich keine andere Ruhe nutzen. Ich werde aber trotzdem erstmal hier klieren. Bereit. Sofort. Zum Angriff! Auf meinen Kommandant. Sie sind überall! In die Schlacht! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Hier! Hier! Sofort! Mir nach! In die Schlacht! Oh, jetzt ist hier aufgegangen. Aber wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Sie sind überall! Vorwärts! Zur Ehre Aonius! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Die Rune ruf! Die Rune ruf! Er wird sofort ausgeführt! Auf meinen Kommando! In die Schlacht! Haltet durch, Männer! Kommt, mit Feuerkönig, Alpinospinnen, hier ist alles vertreten. Mit Grim da ganz hinten. Schlagt sie zurück! Haltet aus! Sie sind überall! Hier! Ich werde angegriffen! Elend, leite mich! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Okay, da ist ein bisschen viel gekommen. Schließt die Reihen! Meinrufe! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Die Rune ruft! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Lasst euch gehen! Okay, ja. Zu eurem Diensten. Haltet durch, Männer! Okay, okay. Verschlack sie zurück! Hier, sofort! Auf mein Zeichen! Schlag sie zurück! Schließ sie ein! Ja, vorwärts! Ja, sofort! Zum Angriff! Sie sind überall! Dann würde ich sagen, wir machen erst mal den Ruf in Ordnung. Auf mein Zeichen! Ah ja, jetzt geht auch hier die Schatzkammer auf. Folgt mir! Sofort! Also hier nördlich am Heldenmonument vorbei. Ja, wie gesagt, Grimm. Und... dieser Basilisk hier droppen jeweils eine Münze. Hier, sofort! Mir nach! Mir nach! Also random eine von drei. Das heißt, wir müssen speichern, die jeweiligen töten, gucken, ob man die Münze hat. Zum Angriff! Will ich laden und nochmal probieren. Und los! Sie sind überall! Schließ die rein! Wir sind überall! Auf dem Weg! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Okay, da hat's jetzt meine Elementarmagier zurecht. Schließ die rein! Ja, vorwärts! Feindlicher Angriff! Komm, Angriff! Fließ die rein! Fließ die rein! Auf meinem Befehl! Auf meinem Befehl! Zu Befehl! Bereit! Und los! Schnell! Für die Freiheit! Ja! Das ist ein Hinterhaus! Feindlicher Angriff! Zur Ehre aus! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Auf mein Zeichen! Zu euren Diensten! Bereit! Und los! So, okay! Mir nach! Kämpft, Männer! Oh, hier sind zwei Hexentürbe! Schließ die Reihen! Schließ die Reihen! Schlag sie zurück! Auf mein Kommando! Und los! In die Schlacht! Ja! Vorwärts! Folgt mir! Dann erst mal um die Jungen! Verstärkt die Deckung! Für die Freiheit! Schließ die Reihen! Vorsicht, Gegner! Schließ die Reihen! Haltet durch, Männer! Ne, da ist auch wieder ein bisschen... Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schlag sie zurück! Zur Ehre, Aonil! Haltet durch, Männer! Auf mein Zeichen! So. Sofort! Zum Angriff! Den einzelnen hier mal! Auf meinen Befehl! Hier geht's noch nach hinten irgendwo? Schnell! Was wünscht die Rhone? Schlagt sie zurück! Und haltet, Männer! Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Zubefehl! Unverzüglich! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Das ist ein Hinterhalt! Und noch mal ne Heilung... Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Grimm, welches Level hast denn du? 24, ja? Auf mein Zeichen! Endlich Schlacht! Ja, genau, da ist das Portal die Glutfänge, da geht's dann als nächstes hin. Ja, sofort! Folgt mir! Auf mein Zeichen! Schnell! Auch? Schnell! Ah, Truhe! Mir nach! In die Schlappe! Oh! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Die Rune ruft! Alles klar! Zu Befehl! Die Rune ruft! Zu Befehl! Panzer der Schattenklinge... Oh! Eisklinge, ja. Pfff! Also ja, hier sind nur normale... Horrorköpfe drin. Stimmt, hier ist auch noch eine Schatzkammer. Hier! Sofort! Und los! Und los! Gucken noch, was hier ist. Dann gehen wir zurück zum Heldenmonument, machen da einen Cut und dann gucken wir uns den Rest an. Ach herrje. Schnell! Sofort! Zum Angriff! Schließt die Reihen! Wir müssen halten! Haltet durch, Männer! Wir werden angegriffen! Oh, das ist nicht so schön. Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Na, das ist besser. Feindlicher Angriff! Rodelnkrieger zu mir! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Zu Befehl! Schlagt sie zurück! Für das Licht! Zur Ehre, Aonir! Kommando! Auf meinen Befehl! Hey, nicht mehr lang und ich kann... Für die Freiheit! Den Klingelweber nutzen! Das ist ein Hinterhalt! Und das wird den Kampf gegen Grimm einiges einfacher machen. Ja! Rodelnkrieger zu mir! Noch eine göttliche Heilung, Vergiftung... Ja, und los! Auf meinen Befehl! Vorwärts! Sofort! Auf mein Zeichen! Mir nach! Aber ja, die göttliche Heilung neben mich... Das Ding kann man raus! Gut! Wie viel Geld haben wir eigentlich mittlerweile? Ah, wir haben mehr als genug Gold! Um Sternmünzen und Schnitzermesser und alles kaufen zu können... Hier, sofort! Mir nach! Oh cool, der hat einen neuen, äh... Feuerelementar für mich beschworen! Gut! Das heißt, an dieser Stelle... Wird gespeichert! Und dann gibt es erstmal einen Cut! Also, bis gleich!